Es ist 3 Uhr, Zeit aufzustehen. Rubble, Marshall, Sky, aufstehen! Ich bin schon wach. Wir sind wach, wir sind wach. Sind auch alle da? Lasst uns zählen. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt ist es Zeit zu waschen. Ich als erstes. Juhu. Jetzt bin aber ich dran. Juhu, das macht Spaß. Hey, wartet auf mich. Das ist mein... Und du noch. So, jetzt haben wir 5 Euro-Packs und machen die Ohren sauber. Oh, das kitzelt, das kitzelt. So, deine Ohren jetzt noch. Valeria, was machen wir jetzt noch? Heute machen wir ein Rettungsschwimmertraining. Oh, cool. Ich kann es kaum abwarten. Ich auch, ich auch. Als erstes müsst ihr über das erste Hindernis springen. Ja, das mache ich mit links. Sky, nein, das ist nicht erlaubt. Du musst noch mal dran. Okay, okay. Ich schaff das nicht. Keine Sorge, Sky, ich helfe dir. Das ist viel zu hoch. Ich habe eine Idee. Da brauche ich extra viel Kraft. Bravo, was hast du getan? Ich hatte keine andere Wahl, sonst wäre ich nicht rübergekommen. So, und das zweite Hindernis ist der Sumpf. Das ist ja super einfach. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh nein. Jetzt bin ich dran. Oh, oh, oh. Geschafft. Oh, oh, oh nein. Ich sitze auch fest. Keine Sorge, ich helfe euch. Nehmt das Seil. Oh, ich habe es. Zieh mich raus, zieh mich raus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mann, ich bin drüben. Na los, na los. Wir schaffen das zusammen. Na los. Oh, wir sind drüben. Und als letztes Hindernis müsst ihr den See überqueren. Das ist gar kein Problem. Ich kann schwimmen. Oh nein, es ist super kalt. Ich habe eine super Idee. Hier sind einige Klötze. Na los, helft mir. Ich nehme den zweiten Klotz. Hier kommt der dritte. Uff, uff, uff. Hey, Freunde, ihr könnt jetzt rüberkommen. Na los. Ich komme. Ich auch. Uff, 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 uff. Wartet auf mich. Uff, uff, uff. Oh. Vergesst mich nicht. Das habt ihr prima gemacht. Ihr seid ein super Team. Ihr könnt jetzt spazieren gehen. Und ich bereite was zu essen zu. Juhu, wir gehen spazieren. Na los, folgt mir. Miau, 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 miau. Hey, Freunde, ich habe da was gehört. Wo kommt das her? Freunde, da ist ein Kätzchen. Hm, wie kriegen wir das Kätzchen da wohl raus? Freunde, ich habe eine Idee. Freunde, pass auf. Schaut der Kran. Hm, schnell weg hier. Wir holen die Katze mit der Schaufel raus. Los, hab keine Angst. Spring rein. Wir helfen dir. Miau. Miau, miau. Uff. Jetzt bin ich aber hungrig. Lasst uns essen gehen. Jetzt müssen wir die Hütchen aufstellen, damit es nicht nochmal passiert. Und das Schild fehlt noch. Das haben wir prima gemacht. Jetzt bin ich aber hungrig. Lasst uns essen gehen. Heute machen wir Knödel mit einer Kirschfüllung. So, der Teig ist fast fertig. Jetzt brauchen wir nur noch fünf Formen. eins, zwei, drei, vier und fünf. Jetzt nehmen wir zwei Kirschen. So, und machen den Teig so zu. Der muss ganz fest zu sein an der Seite. Und so machen wir jetzt fünf Teigtaschen fertig. Sobald das Wasser kocht, packen wir die Teigtaschen rein. Und jetzt warten wir noch fünf Minuten. Die Teigtaschen sind fertig. Oh, das riecht ja lecker. Da ist aber Kirsche drin. Da ist aber Kirsche drin. Meine Lieblingsfrucht ist Erdbeere. Trotzdem lecker. Mämm, 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 mämm. Mämm, 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 lecker. Meine Lieblingsfrucht ist die Kirsche. Mämm, 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 mämm. Sky? Na los, komm, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen nach Hause. Mama, ja, ich komme ja schon. Danke für das Essen, Valeria. Danke, das war super lecker. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Welche ist eure Lieblingsfrucht? Schreibt mir das unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Es ist 3 Uhr. Zeit, meine Freunde aufzuwecken. Amber, Sky, Tiki, aufstehen. Los, wacht auf. Hallo, Valeria. Oh, ich bin so müde. Hallo. Oh, oh, oh. Ich bin so froh, euch zu sehen. Lass uns zählen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Alle sind da. Es ist jetzt Zeit, uns waschen zu gehen. Los. Juhu, das macht so viel Spaß. So. Okay, und wer ist jetzt als nächstes dran? Valeria, kannst du mir helfen, mein Gesicht zu waschen, bitte? Aber natürlich. Gar kein Problem. Und mir auch, bitte. Ich brauche auch Hilfe. So. Amber, brauchst du auch Hilfe? Nein, danke. Nein, danke. Juhu. Ihr seid jetzt alle sauber. Super, jetzt können wir spielen. Valeria, was machen wir jetzt? Heute spielen wir ein sehr interessantes Spiel. Dafür haben wir diese magische Box. Oh, wow. Die Box ist so groß. Was ist denn da wohl drin? Das zeige ich euch jetzt. Eins, zwei, drei. Wer von euch weiß, für was wir diese drei Sachen brauchen? Hm. Das ist Zahnpasta. Das ist eine Zahnbürste. Und das ist Seife. Wir brauchen diese drei Sachen, um uns morgens zu waschen. Prima, Lol. Das hast du super gemacht. Ha, vielen Dank. Super. Nächste Runde. Wer weiß, für was diese drei Sachen sind? Hm. Ich weiß. Das ist ein Handfeger. Das ist ein Eimer. Und das ist ein Wischmopp. Ich weiß, für was wir diese drei Sachen brauchen. Die brauchen wir zum Reinigen. Super, Sky. Das ist perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Hurra, hurra, hurra. So, jetzt zur letzten Runde. Hm. Das ist eine Haarbürste. Eine Klammer. Und ein Föhn. Ich weiß, für was wir das brauchen. Das ist, um unsere Haare schön zu machen. So benutzt man das. Sehr gut, meine Freunde. Das habt ihr toll gemacht. Jetzt ist es Zeit, spazieren zu gehen. Juhu. Oh nein. Was ist denn mit dem Spielplatz passiert? Oh nein. Aber wie werden wir denn jetzt schaukeln und spielen? Keine Sorge, Freunde. Zusammen können wir alles reparieren. Los, alle müssen mithelfen. So. Sky, lass uns das zusammen machen. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Juhu. Juhu. Wir haben es geschafft. Juhu. 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 Jetzt können wir wieder auf dem Spielplatz spielen. Juhu. Das macht so Spaß. Oh, ich habe einen Hunger. Oh, ich habe so einen Hunger. Lass uns wieder zurück zum Kindergarten gehen. Gute Idee. Juhu. Heute bereiten wir Sushi zu. Sushi mit Gurke. So, der Reis ist fertig. Aber wo ist die Gurke? Nein, hier auch nicht. Ah, ich weiß, wo die Gurke ist. So, die Gurke legen wir jetzt hier hin und dann rollen wir den Reis einmal. Die Rolle sieht super aus. Jetzt müssen wir das Messer nehmen und wir brauchen fünf Stücke. Mit dem Messer müssen wir aufpassen, denn das ist sehr, sehr scharf. Nur mit euren Eltern das Messer benutzen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Freunde, das Essen ist fertig. Kommt! Oh, das ist Sushi. Ich liebe Sushi. Mim, 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 mim. Oh, mim, mim, mim. Ich liebe Sushi mit Gurke drin. Mim, 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 mim. Mim, 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 mim. Valeria, danke für das Essen. Mim, 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 mim. Das ist gar kein Problem. Mach ich gerne. Oh, eure Eltern kommen da. Amber, komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Tschüss, Valeria. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss. Was ist euer Lieblings-Sushi? Schreibt mir das unten in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.